Die Aufhängefedern werden benötigt, damit Sie Ihren Rollladen mit Ihrer Welle verbinden können, sowie im Motorbereich, damit nicht geschraubt werden muss, da dadurch der Motor beschädigt werden kann. Um die Aufhängefeder an Ihrem Rollladen zu befestigen, schieben Sie diese einfach in Ihre oberste Lamelle hinein. Nun muss der Panzer in Ihren Kasten eingeschüttet werden. Anhand dieser Haken ganz oben an der Feder wird diese nun in das Loch der Stahlwelle eingesteckt. Unsere Aufhängefedern können Sie jeweils in der Mini-Ausführung für eine Profilhöhe bis zu 40 mm haben oder in der Maxi-Ausführung für eine Profilhöhe bis zu 65 mm. Unsere Aufhängefedern erhalten Sie immer in einer beschichteten Ausführung, da diese Ihnen eine bessere Laufruhe verschafft und sich dadurch keine schwarzen Streifen auf Ihrem Rollladen durch Abreibung der blanken Aufhängefedern bilden. Je nach Pulverbeschichtung können die Farben unterschiedlich ausfallen, jedoch haben diese keinen Einfluss auf die Funktion der Aufhängefedern. Ein weiterer Vorteil unserer Federn ist die Bohrung am oberen Ende der Feder. Durch diese Bohrung ist die Aufhängefeder für jede Welle, egal ob Holz- oder Stahlwelle, geeignet, da diese auch durch Schrauben befestigt werden kann. Grund te Barbeigungen können Sie nicht aby in der Mitte des Veragens befestigt werden. Als ich die Schrauben noch mal